Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Heifer 2. Da kommt schon so ein Krabbelvieh um die Ecke, aber der stirbt mal schnell. Warte, ich muss mal Headsetzeige drehen. Irgendwie zu dort gehen. Ich glaub wir müssen mal hier ein bisschen durchkämpfen. Oh, dagegen kenn ich doch. Kommt zu einem Riesenvieh glaub ich dort kommt auch Riesenvieh, wenn ich Unterfalle oder von dort. Du kommst hier nicht durch. Scheiße Ähm Scheiße Scheiße wie ich glaube ich brauche gut das hat den platz gemacht hat es erst mal hier war noch noch eins nicht hier aber hier um die ecke das war die scheiße hallo wo 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 Komm, speichern. Scheiße, egal, ich hab zum Glück gespeichert, komm, 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 Scheiße, ich hab genau auf die Fresse geschossen, komm, so, jetzt muss ich damit irgendwie einen Stecker ziehen, glaub ich, genau, aber jetzt geht der auch, ja, genau, wird zu speichern, hat aber geruckelt, darunter ist nix, doch, wusste ich doch, dass da was ist, warte, die Waffe, passierte, ich werde drüber laufen, ah, 1hp hatte ich nur noch, warte, ich glaub, hier war so ein kurzes Weg zurück, Verdammt. Jetzt greift an. Guck mal, ich weiß nicht, ob ich da durchrennen kann, einfach. Also, ich wüsste keine Ahnung dahin, ja, na toll. Guck, wie ist es in Richtung Wand oder so. Da hab ich gespeichert, ja, ne, genau. Das ist schon scheiße, wenn man so wenig HP hat. Ey, warum ist die Kanate dort? Barschen. Muss einfach durchrennen. Weil ich kann schon mal so... Verteidigungs-Bauber-Bauern. Was? Scheiße, jetzt hab ich ein Safe gemacht. Warte, das schaff ich nicht. Das war natürlich diese Feinde. Das sind wenigstens nur die Geschutztürme da. Was? 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 Ich muss die Haltung kriegen. Egal. Ich schütz mal. Es sieht schon mal gut aus. Was? Hat ich Glück gehabt. Er hat genau auf meine Richtung geschossen, ey. Da ist einer. Da ist halt. Wie ich es wusste. Würde mal sagen, nächste Zeit, nächste... Die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.